Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie 1. FC Union gegen Wiesbaden. Und Wiesbaden, haben wir gesagt, ist eigentlich eine Hustentruppe, aber die sind ziemlich weit oben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die wirklich so eine Hustentruppe sind. Und ob die sich nur hier oben hinein gemogelt haben. Oder ob die gut sind. Das sieht schon mal gut aus für uns, ne? Das sieht schon mal super aus. Wollen wir mal schauen, ob sie was entgegenhalten können. Ah, das sieht auch gut aus. Was macht er? Geht hier rüber und dann wird er schießen, ne? Mal schauen. Sehr schön. Machen sie gut. Und so, gehen wir auf Queering mit gelupftem Pass. Also, es sieht anders aus. Gelupfte Pass sieht anders aus. Versuch den mal zu halten. Oh, der hat nicht schlecht Controlling hier. Hey, was ist denn das? Der hat gar nichts. Schaut mal hin und der hat, nimm den ab. Ah, sehr schön. Sehr schön, Queering. So muss das laufen. Genau so läuft es. Brandy, los. Wollte schon sagen, zeig ihnen, wo der Hammer hängt. Sehr schön, Quana. Ah, schade. Hätte ich dir gegönnt. Hätte ich dir echt gegönnt. So, Brandy. Pressed. Schade. Hätte auch was werden können. Hätte ich Quana gegönnt, ne? So, wollen wir schauen. Uh. Lars, du musst den halten. So, mal schauen, ob die den uns abnehmen können. Oh. Oh. Gegen Bunkerk. Oh. Oh, was tricksen die uns denn hier aus? Oh, Hors. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was tricksen die uns denn hier aus? Am besten ist... Oh. Um ehrlich zu sein, am besten ist... und dann... nach vorne. Kommt der hin? Ja. Okay. Punktkackel lassen wir. Poinsen, okay. Okay, okay, okay. Teel, es wird nix. Dauber. Machen wir Dauber hier hin. Pressed. Und du, mein Freund. Nein. Wieso hast du im Zweikampf hier keine Chance? Das ist natürlich übel. Deshalb sind die Wiesbaudner hier so gut. Schau mal hin. Das haben sie sich verdient. Das muss man echt neidlos anerkennen. Das haben sie sich echt mehr als verdient. Mehr als... Oh no! Das ist ja übel. Oh no! Das ist ja echt übel. Oh no! Ah, 1-1. Wir waren gar nicht so gut, ne? Wow. Wir waren gar nicht mal so gut. So, jetzt kennen wir das Geheimnis. Der Wiesbaudner, die dribbeln sich in unseren Torraum rein. Da. Okay. Dann lieber hier gelupft. Sag ich mal. Aha. Sehr schön. So, schauen wir noch mal, ob wir zu Bran... Eigentlich muss man es schaffen. Aber gerade so. Wahnsinn. Komm, Bran, die hier. Danke. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Wiesbaudner. Nicht schlecht. So, der geht natürlich wie immer... ...hier hin. Und jetzt... Ja, ist ja schön. Trümmel. Oh. Oh, Trümmel. Hättest du auch souveräner machen können. Oh, nö! Ah, nö! Haha. Das ist ja beschiss, oder? Ach, das ist ja beschiss. Ach, das war jetzt beschiss hoch drei. Finde ich. Sehr schön. Aber er darf noch mal. Wollen wir mal schauen, ob wir es noch mal schaffen. Also, das war ja traurig. Warum können wir denn eigentlich keinen Pass mehr in den Raum... ...in den Raum rein? Ging doch sonst immer, oder? So, jetzt geht's rum. Oh, no! Ah, gut. Einen Tag. Warte, dann werden wir hier mal Fürsten rein. Oder, ne, machen wir Köl. Lassen wir... ...Fürsten dann noch ein bisschen... Lassen wir noch ein bisschen ausruhen. Ah, hier, das meine ich. Genau. Schade. Hätte mich gefreut. Ja. Finde ich gut. G, G... Wer ist das? Simulikoski. Hm. Köhle könnte... ...wenn er viel Glück hat. Wenn er sehr viel Glück hat. Ah, wenn er sehr viel Glück hat, hätte ich noch gesagt, hält er ihn. Boah. Und? Nee. Nicht gegen Trimmel, mein Freund. Nicht gegen Trimmel. Der, was? Oh, Trimmel. Beeindruckend. Beeindruckend. Thiel hat überhaupt keinerlei Kontrolle. Dann lieber zu ihm hier. Und du versuchst dein Glück. Ja, geh mal zurück. Finde ich gut. Dann werde ich nämlich nach vorne eiern. Und ich gehe dann sogar noch hier hin. Und dann... Ah. Schweinehund. Ich hätte vielleicht doch von hier schießen sollen. Oder hätte ich Quarnisch. Wow. Der war gut. Nett. Schön raus. Schön raus. Ja, wo war, ne? War nicht ohne, das Spiel. War nicht ohne. Ein Tag ist in Ordnung. Brandy, wer sonst? Quering, Quering, immer noch. Quering ist echt immer unser Mann hier. So, wie hat Lok Leipzig Award gewonnen? Und? Die Wacker? Boah, die Wacker noch. Die Wackerer, die spielen echt richtig Wacker. Nett. Nett, nett. Ah, sehr schön. Kann wieder spielen, Quering. Es regnet. Ah, Prestige-Pokal. Gegen? Auch gegen der eigenen Liga. Könnte ja sogar was werden. 43 ist aber auch. Wird trotzdem schwer. Wir sind wieder bei links. Wir müssen wieder bei links. Wie sieht es denn aus? Ja, wir lassen mal lieber die Viere-Kette in der Mitte. Achso, wir lassen mal lieber die Viere-Kette. Ne, wir lassen mal lieber eine Viere-Kette in der Mitte. Und... Fürstner. Für Quarne. Und Thiel. Kommt Köhler. Und über links spielen wir. Also spielen wir es so. Ja. Na dann. Prestige-Pokal. Los geht's. Oh, das regnet ja wirklich. Windfäden. Regnen es runter. Aha. Den hier Passspiel klappt hervorragend. Mhm. Sehr schön. Trimmel ist natürlich, ne? Trimmel, den brauchen wir. Pass in den freien Raum. Nee. Warte mal. Nett. Ja, das war nicht so gut, ne? Nee, dann lieber... Ach, Tunnel. Nee. Dann lieber... So. Und halten. Mal schauen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Queering ist natürlich... Also mit Queering haben wir wirklich... Den müssen wir auf alle Fälle verlängern, den Vertrag. Wenn's denn geht, ne? So, Bobby. Pass. So, du gehst nach vorne. Und schießt mal drauf. Schade. Der ist eigentlich gar nicht so gut hier. Der Präger ist eigentlich nicht so gut. Aber... Was soll ich sagen? Queering. Probier. Danke. Ich glaub, das sind zu viele. Oh, sehr schön. Ja, Queering, ne? Der witzt. Der arbeitet. Der läuft. Der trickst. Das ist eben Queering, ne? Also mit Queering echt... Lassen wir ihn weiterlaufen. Und probieren's nochmal. Ach, was ist denn mit dem Idioten hier? Ich denke, ich muss über die linke Seite. Ah. Mist. Schade. Er hätte auch klappen können, ne? Nicht so, meine Freunde. Nicht so. So, was macht er jetzt? Über den Halden. Ne. Ich glaub, das war... Das war mehr oder weniger nix, ne? Könnten ihn lupfen. Oder... Ich geh hier hin. Und halt hin. Danke. Kühl ist auch gut eigentlich. Sehr schön. Queering. Ah, da geht er wieder zurück. Oder wir versuchen's mal von hier außen. Ach. Was ist denn das? Was ist denn los, Bobby? Wow. Na ja, das war zu viel, das Kohl. Aber nicht schlecht. Aber nicht schlecht, Bobby. Nicht so schlecht. Danke. Danke. Ah, lupfen wir? Das muss drauf ankommen, oder... Ne, wartet. Hier. Pass. So, der ist noch. Gerade so. Und jetzt kann er. Sehr schön. Er war noch in der Motivationsphase. Gerade so. Nicht schlecht. Oh, Queering ist weit. Ja, der hat sich's verdient. Der hat sich's verdient. Und ich würde aber ganz... ...dauber hier rüber. Ich hätte vielleicht sogar noch liebe Köhle hier drüben. Aber ich brauche Köhle weiter auf der linken Seite. So. Fürstner. Perfekt. Okay. Probieren wir. Sehr schön. Jetzt läuft's. Jetzt haben sie Angst vor Wut. Jetzt haben sie Angst vor Wut bekommen, ne? Ja, mal schauen. Sehr schön. Trimmeln. Trimmel ist unser Mann. So, gleich mal wieder hin. Zur Fürstner. Der das Läde natürlich zu... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mist. Ja, das war... Der hätte... Das war leicht... Ne, manchmal wird man zu leichtsinnig. Wenn man 0 zu 2 vorne liegt, wird man eindeutig zu leichtsinnig. Das ist schon... Schon klar. So, jetzt mal hin zur Fürstner. In den freien Raum rein. Und der muss ihn natürlich halten, ne? Aber ist eigentlich Fürstner, ne? Aber dann... Achso, da kommt wieder einer angerannt. Sehr schön, Fürstner. Sehr schön. Ja, dann. Auf. Zu Wut. Wut. Nimmt wieder Anlauf. Und... Ja. In die kurze Ecke. In die kurze Ecke rein. Sehr schön. Ja, der Regen, der macht uns gar nichts aus. Der Regen, der... Der stachelt uns nur an, ne? Zur Höchstleistung. Sehr schön, Trimmel. Trimmel immer da, ne? Immer da. Immer, wo man ihn braucht. Dann muss es echt sein. Ne, warte. Ach, passt in freien Raum. Ah, ne. Traue ich mich nicht. Dann liebe ich hier hin. Dann... Geh mal hier hin. Und halte. Mhm. Ah, schade. Was ist denn das für ein... Grießer? Mhm. Tja, mein Freund, das wird nix. Was machen wir hier? So, Fürstner, kommst du hin? Dann nimm ihn ab. Ah. Doch. Doch. Hältst du ihn? Wär nett. Grießer kommt wieder. Danke. Immerhin nicht, dass Fürstner wieder... ...wieder verletzt wird, ne? Das wäre natürlich... ...hecht. ...de Luft ist blöd. Pass. Ja. Schaffen wir das hier? Ne, das wird ich... ...tunneln... ...ne... ...bewegen, ja. ...so, mal schauen. Es ist wieder Grießer, ja. Aber ihr schaut doch mal hin. Wie viel Grießer jetzt hier... ...der ist eigentlich schon im Roten. Der hat überhaupt keine... ...keine Ideen mehr. ...eine Lieblingspositionen hier. Ja, das ist zu gut. Seine Lieblingspositionen hier. Danke. ...eine Lieblingspositionen hier. Ja, das ist ein bisschen... ...zumachen. 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 Letzte Minute. Ja, ich würde mal sagen, voten, ne? Ja, eindeutig. Fürst, na klar. Clearing auf alle Fälle. Zwölf. Toll. Sehr schön. Ja, dann spielen wir auf alle noch das Rückspiel. Und wir schauen mal, ob da sich was verändert hat. Ein bisschen, oder? Kann das sein, dass die was verändert haben? Hm. 24, 40, der... Hä, war der schon immer der? Hm. Wir gehen mal über rechts. Über Brandy diesmal, ne? Versuchen wir diesmal über Brandy zu kommen. Köhler, Quering, ja. Quering und Brandy, die müssen das jetzt hier machen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wann, wie, wo ist denn überhaupt 50? Okay. So, auf geht's. Ich hoffe, es kommt was in die Kasse rein. Bei diesem absoluten Mammutspiel. Zwischen der vierten Liga. So. Dann gehen wir gleich hier rüber, oder? Müsst du da eigentlich zu schaffen sind. Ja. So, komm, Brandy. Probier dein Glück. Na ja. Da haben wir hier den Möhler, ne? Der müllt uns echt hier ein bisschen voll. Quering. Quering. Sachsen da dazu. Sehr schön. Okay. Eigentlich bräuchte man nur ein 0,0. Wird uns reichen. Boah, das wäre ja hier der tolle Durchläufe. Ne, jetzt. Ähm. Du läufst. Ne, du läufst. Mal hierhin. Kannst du hier hinspielen? Ne. Dann läufst du weiter. Und wollen mal schauen, ob sich jemand erbarmt. Duba. Die Tuba. Kommt. Oh, der ist gut. Duba. Ich hab dich. Ich hab dich zwar jetzt ein bisschen gehänselt, aber das ist gut. Fürstner. Komm mal her. Und Fürstner Press. Ja, das nützt uns jetzt nichts, ne? Die Duba nimmt uns den Ball ja wieder weg. Hm. Ist natürlich schade. Aber ist schlecht im Passen. Und vielleicht hat Köhle hier jetzt eine bessere Chance. Ne, war der nicht. Das ist natürlich schlecht. Dann mal Duba. Duba. Pressed. Warum nicht? Warum nicht? Gegen... Oh, der ist echt... Der ist nicht gut. Das habt ihr eigentlich ganz gut gemacht. So. Da oben. Hier hin. Okay. Warte mal. Hier vielleicht noch... Queering. Hier hin. Schade. Oh, der Köhler hat ihn nicht gehalten. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! traurig. Gebe ich zu. Brandi! Ja. Ja. Immerhin können wir uns auf unsere Stürme verlassen. Karkern. Versucht's. Aber Trimmel. So, Bunkhek. Auf... Ja, auf Daube. Warum nicht? Daube könnte passen. Du wirst den mal hier halten. Nein. Ah, 25, 25. Schon traurig. Dieser Duba wieder, ne? Er ist noch nicht ausgepowert genug. Sehr schön. Queering ist wirklich noch... Queering ist nicht mit Gold zu bezauern. Aber das... Du gehst... Ja gut. Vielleicht ist es sogar besser hier hin, oder? Ne, mit dem... Schiene wär's gewesen, wenn wir gleich drauf... Danke! Danke! Was ist denn jetzt noch Schlimmes passiert? Könnten wir in der ersten Halbzeit mit... einem Führungstreffer raus. Oh, was ist denn jetzt passiert? Haha! Wie... ist denn das passiert? Ah, nee! Kein Kanonenschuss! Äh, das war jetzt... Ah! Ich wollte gar keinen Kanonenschuss. Ne, gut. Aber wir waren eindeutig die... bessere Mannschaft. So, dann... Wir wollen mal... Teal rein. Dafür müssen wir aber jemanden... Achso, halt! Da hat jemand gelbe Karte. Das soll ich natürlich nicht sehen. Ja, aber Köhle kann man nicht rausnehmen. Daube wird mal hier rüber gehen. Okay. Und Start. Der zweiten Halbzeit. Ja, ist schwierig. Hm... Wie gut bist du im Pass? Du bist nicht gut, ne? Oh, der ist gut im Kontrollen. Wir probieren's trotzdem. Obwohl, ne? Den auf... Aufwärts. Sehr schön. Aber zweimal schafft das nicht, oder? Doch! Haha! Das ist na super! Super! So, das ist na hierhin. Ach, kommt! Kommt! Bitte euch! Ach, komm doch! So ein Quatsch! Ah, was ist denn das für ein... Der Roach! Was ist denn das für ein... ...total guter Spieler? Der hat doch gar nicht 30 Kontrollen. Okay. Hm. Das kann natürlich jetzt zum Ausgleich führen. Ne, nicht ganz. Okay. Versuchen wir über Köhle das Ganze. Dann zu Bobby. Oh, ja. In den freien Raum. Ja, Bobby. Probieren wir dein Glück. Ja. Den nicht nur von rechts geht, auch von links. Nett. Ja, dann ist eigentlich... ...das Spiel im Sack, oder? Mehr oder weniger. Bah, Trimmel. Trimmel ist wirklich... Komm, wir machen genau dasselbe wieder. Zack. Schnell. Konter. Und... Schuss. Zack. Genau so muss das funktionieren. Mhm. Und jetzt? Ja, hierhin dran. Ist auch Ihnen mal das Glück heute. Da ist sowieso jetzt mal die Frage... Nee, dann können wir wirklich über Brandy... Nee, dann können wir wirklich über Brandy... Ah... Sowas, ne. Könnt mich... Sowas könnte mich... Was ist denn das? Dieser blöde Rutsch, ne? So gute Controlling wäre da echt... Wenn die jetzt noch ein Tor schießen, ne? Dann sind sie... Wow. Gefährlich. Ich sag... Gefährlich. Äh, nee. Okay. Brandy... Ja. Ach. Ich hasse das. Das hasse ich, echt. Ach, sowas hasse ich. Wenn man denkt, das ist ganz sicherer Pass, ne? Und dann kommt sowas. Ich schritte nur mit dem Kopf. Ihr seht's nicht, aber... Ich hab mich so sicher gefühlt, ne? Echt so sicher. Und dann passiert sowas. Batsch. Oh, was. Halt Ihnen nochmal eins rein, damit Sie sehen, mit wem Sie das zu tun haben. Gibt's hier wohl nicht. Schafft es noch? Noch mal einen Anschlusstreffer? Ja, Trimmel... Kann natürlich sein, dass Trimmel... Ne, der ist nicht ausgepowert. Der ist eigentlich super drauf. Naja. Brandy, Wood und Quering. Quering ist fast immer dabei, ne? Sehr schön. Ja, dann geht's weiter, ne? Im Prestige-Pokal. Das nächste Mal aber. Gegen? Die Würzburger Kickers. Wow. Wir sind weiter. Jups. Wir spielen im Achtelfinale. Gegen einen. Obwohl... Da machen wir es mal anders. Da machen wir wieder eine 3. Oh, was ist denn das für eine... Wow. Wir müssen auf alle Fälle über... Wir müssen auf alle Fälle über rechts. Wir müssen über rechts. Wir müssen über Brandy. Hoffentlich merke ich mir, dass das nächste Mal... Da werden wir auf alle Fälle mal... Köhler, 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 Perfekt. Da bin ich echt mal gespannt. So, langsam wird denn sein Controlling, ne? Langsam wird denn sein Controlling, was? Jetzt müssen wir langsam, glaube ich, wieder auf Verteidigung. Wir machen... Wir lassen es mal noch, dass es auf 35 geht, ne? So, dann Verteidigung, was das Auge hält. Ach so, nee, halt hier. Ach nee, halt, ich bin doch falsch. Nee, da müssen wir weiter Controlling machen. So, Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung... Hm... Hier der, dem Parenzen... Gebe ich mal Controlling... Und ja, ist in Ordnung. Äh, Verteidigung, Verteidigung... So, dann... Verteidigung, Köhler, Control und Pass. Pass. Verteidigung, Köhler. Control und Pass. Pass, ja. Ich möchte die mit Pass... Warte jetzt mal. Ich möchte mal die mit Pass... Alle über 40 haben. Was ist denn... Und Fürstner? Controlled. Nee, Fürstner... Ja, doch. Nein, doch. Doch, 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 doch. So. Quarner. Genauigkeit. Control zweimal. Brandy. Das ist nicht schlecht. Nee, wartet mal. Ich mach mal dich über 60. Bringe ich dich mal in Genauigkeit. Dann können wir wieder was anderes einstellen. Was ist mit Brandy? Controlling. Ja. Und... Ja, das andere lassen wir, glaube ich. Verteidigung. Passen. Jo. 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 Jo, ja, 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 ja. Okay. So, so lassen wir es, ne? So, beim nächsten Mal wollen wir schauen, ob wir gegen die dritte Liga eine Chance haben. Jo, ciao. Jo. Jo. 金ick. Jo. Jo.